Wisst ihr, was ich das Tolle an dem Spiel finde? Man hat Ewigkeiten Zeit in No Time, weil man hat ja eine Zeitmaschine. Es eilt ja überhaupt nichts. Ich kann ja hier rumstehen bis zum jüngsten Tag und komme dennoch rechtzeitig zu meinem Quest oder zu meinem Questgeber oder was auch immer, weil wir haben ja eine Zeitmaschine. Ist ja überhaupt kein Thema. Im Moment stehe ich 1795 irgendwo in der Botanik rum und sehe gerade, ich bin am Verhungern. Und egal, wir gehen jetzt mal zu dem alten Astro zurück. In der letzten Folge haben wir die Uhr geholt und ich habe mir noch überlegt, gebe ich ihm jetzt die Uhr zurück, weil eigentlich brauche ich die in der Zukunft. Aber, aber, wenn ich ihm die Uhr jetzt zurückgebe, ist die ja, er hat ja erzählt, die wäre seiner Familie abhandengekommen, ist die Familie ja niemals, ist die Uhr ja niemals abhandengekommen. Das heißt, wenn ich ihm die jetzt zurückgebe, will er die in der Zukunft gar nicht mehr haben, würde ich sagen, oder? Ist es falsch gedacht? Ich würde sagen, es ist richtig gedacht. Außerdem hat mir der gute Entwickler freundlicherweise so ein bisschen unter die Arme gegriffen und hat mir so ein paar Tipps gegeben. Erstmal hat er gesagt, wenn ich C gedrückt halte, habe ich einen Kompass. Tatsache, wenn ich C gedrückt halte, habe ich einen Kompass. Okay, cool, cool, cool. Und wenn ich X gedrückt halte, habe ich ein Fernglas. Sehr cool. So, jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, wir müssen ja eigentlich nach Süden. Guck mal kurz auf die Karte. Wo muss ich denn hin? Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich muss nach Norden. Arthur anwesend. Nordosten. Ich muss irgendwie nach Nordosten. Warte mal, Nord... Nord... Westen, ne? Nicht Nordosten. So, da hinten. Wie bin ich denn über diesen blöden Fluss gekommen? Kann er nicht da rüber hopsen? War der immer schon da? Bestimmt. So, da kommen wir auch nicht rüber. Wie soll ich denn über diesen Fluss kommen? Herr im Himmel, wie bin ich denn damals da rüber... Was heißt damals? Wie bin ich da rüber gekommen? Hier geht es nicht lang. Da sind Wölfe. Ich steige jetzt nicht aus. Moment mal, was macht eigentlich meine Temperatur? Meine Temperatur geht es gut. Hier bin ich dann über diesen dusseligen Fluss gekommen. Was ist denn jetzt passiert? Er hat sich schon wieder festgefahren. Diese blöde Kiste. Ich will auch einfach nur... So, geht es jetzt? So, jetzt geht's. So, wir müssen nach Nord... Geht das eigentlich im Auto? Ne, im Auto geht das nicht. Ach, C ist Cooling. Okay, ähm, warte mal. Jetzt gucke ich in die richtige... Fast in die richtige Richtung zum Arthur anwesend. Die Kühlung jetzt aus, ja. Ähm, das heißt... ...muss ja hier irgendwie... Ah, hier. Da, da, da. Hier, hier müsste ich drüber können. Oder? Wollte ich? Da ist... Ne, das geht da nicht lang. Sag mal, zum Henker bin ich über den Fluss gekommen. Springen wir jetzt drüber? Das ist wahrscheinlich eine blöde Idee. Ja, ha, hu, hu. Okay. Also rüber sind wir gekommen. So, wird ein Schuh draus. So, jetzt gebe ich dem seine... Wo ist das Arthur anwesend? Jetzt gebe ich dem seine, äh... Uhr zurück. Wenn ich das Arthur anwesend finde... ...und ich muss dringend was essen. Wahrscheinlich muss ich irgendwann mal mein Auto reparieren. So wie ich damit umgehe. Da oben ist es. Ja. Wundert ihn ja nicht, dass ich hier... ...dass ich hier mit dem, äh... ...mit dem Auto vorfahre. Ne, da hat er gar kein Problem mit. Was ist das? Ach, das ist die Cola. Warte mal, kann ich die noch trinken? Nein. Das ist alle. So, ähm... Hast du noch irgendwas zu essen hier? Egal. Haben Sie Uhr zurückbekommen? Legen Sie meine Uhr auf den Tisch. Und ich lege die Uhr... Ne, die Keule, die wollte ich ja... Warte mal, die Keule habe ich doch, ne? Da ist die Keule. So, wo ist die Uhr? Taschenuhr aus Kupfer. Ich lege sie auf den Tisch. Liegt jetzt auf den Tisch. Ich bin ein Wunder. Gern geschehen. Direkt hinter dem Haus. Es ist ein glühendes Ess. Vielleicht können Sie etwas daraus machen. Okay. Ich brauche mal was zu essen. Ähm... Den hat er mir, glaube ich, gerade gegeben, den Schlüssel. Ich kaufe mal kurz Honig. Ach, Quatsch. Das ist mir zu teuer. 10 Dollar. So, warte mal. Ähm... Jetzt hat er mir den Schlüssel gegeben. Warte mal, hinter dem Haus, hat er gesagt. Hinter dem Haus. Mine hinter dem Haus. Hier ist noch so ein Ding. So, jetzt haben wir zwei davon. Zwei Zeitfragmente. So, warte mal jetzt. Äh... 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 Hab ich. Vorsicht, da ist ein Killervogel. Wo ist meine Keule? Keuli! Was machst du hier drin? Frage mich, warum diese Viecher hier drin in der Höhle rumfliegen. So, was hat er gesagt? Finde ich hier? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ein Zettel. Eine Blaupause. Neues Mr. Crafty Rezept. Äh... Ich hab noch gar keinen Mr. Crafty. Uran-Erz. Oh. Warte mal. Wie krieg ich das? Gibt das Uran-Erz, ja. Das Problem ist, das Zeug strahlt. Machen wir dagegen. Wir nehmen es trotzdem mit. Das gute, strahlende Uran. Ähm... Kein Wunder, dass er das nicht benennen konnte. Wir sind ja 1795. Äh... Wie, 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 wie verstrahlt bin ich? 17%? 18%? Vielleicht sollte ich das Zeug nicht so vor mir rumtragen. 18%. Ich packe es schnell in den Kofferraum. Kann man bestimmt irgendwas mitmachen. So. Ähm, jetzt... Nein, na. So, jetzt müssen wir kurz das Auto aufladen. Kann man das eigentlich so reinstopfen da? Ich frag nur so. Probier's mal. Hinein. Nein. Nein. Okay. Geht nicht. Gut, gut. Dann... Ich bin schon 21% verstrahlt. Jetzt haben wir ein Leeren, zwei Leeren, äh... Ja, und noch zwei volle. Das ist alles im... Warte mal. Das sollten wir vielleicht nicht verbaseln. Das hier nehmen wir mal. Nein, das nicht. Uran, 1984. Uranium, 1984. Was war denn das, was ich... Gott, das ist egal, ne? So. Ähm, was wir jetzt machen... Passt auf. Äh, ich hab jetzt... Ich hab jetzt ne wunderbare Idee. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir kehren zurück nach 1984. Und zwar... Warte mal, dafür... Die Temperatur, die Temperatur ist cool. So, wir waren ja... Hier, da sind wir abgehauen. Äh, nicht 1984, 2014. Und ich weiß noch, das weiß ich ziemlich genau, dass wir um 10 Uhr da angekommen sind. Um 10 Uhr 2014 sind wir hier. Einfach, weil ich... Warte, war es um 10 Uhr? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, und da werde ich jetzt... Ich werde jetzt quasi so 10 Minuten vorher dahin reisen. Oder vielleicht mal eine halbe Stunde vorher dahin reisen. Also um 9 Uhr 30. Und werde meine eigene Ankunft im Jahr 2014 beobachten. Hoffe ich. Ich glaube, es war auch der 20. Ja, da steht's ja, 20. August. So, das heißt, wir sind 20. August 2014, 9 Uhr 30. Und da werde ich dann mal gucken. Und dann fahre ich nämlich... Das ist ja der Witz. Dann fahre ich ja offenbar... Dann fahre ich mit der Bahn. Das wird sowieso recht lustig. Ähm, okay. Pass auf. Ja. Uh. Es hat ausgetappt. War das okay? Ja. Ähm. Was gehen wir ein? Wir haben uns gesagt, äh, 20. August. Also 08, 20, 2014. Und zwar um 09, 30. Nicht, weil das für den Quest notwendig ist, aber weil es einfach cool ist. Ich sehe nichts. So. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich nicht weiß, wo die Hauptstraße ist. Sprich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt ins Jahr 2014 komme, wo ich da genau ankomme. Das werden wir sehen. Und wir werden vorher natürlich mal speichern. Ähm, save. Save bestätigen. So. Und jetzt geht's los. Ähm. Ne, hör auf damit. So. Wir haben... Reaktor ist an. Weil ich dachte, meine Verstrahlung, die ist jetzt schon 20 Prozent. Warum? Kühlung an. Braucht man, glaube ich, nicht. Und dann würde ich sagen, ab nach 2000... 20. August 2014, 9, 30. Ja. Mal sehen, wo ich ankomme. Wuhu. Zurück in die Zukunft. Ha ha. 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 Also, meine... Was mich irritiert ist, wir sind nicht dahin gesprungen, wo wir hinspringen sollten. Was steht, ja? Wir sind immer noch 1795, warum hat das nicht geklappt? Ich bin... Ich bin... Also, ich bin gerade offenbar mir selber begegnet. Aber warum... Eine Zeitmaschine ist... Eine Zeitmaschine ist... Bin ich vielleicht in einem... In einem... In etwas materialisiert? Warte mal. Wir haben... Da steht es, der Zeitziel. 1895. Fangen wir mal in die Richtung, komm. Warum geht das nicht? Reaktor an. So. Ich will nicht aussteigen. Ich will ins richtige Jahr. Ja. Warum... Warum komme ich nicht da an, wo ich ankommen sollte? Moment. Wo... Wo ist denn der... Wo ist der... Wo ist der Fehler? Finde den Fehler. So. Warte mal. Wir machen das mal... Wir machen das jetzt mal ganz anders. Pass auf. Wir machen das ganz anders. Ich lade nochmal neu. Ne. Warte mal. Laden. Spiel laden. Jetzt hier. Lade das. Ich habe doch 2014 eingebaut. Eingeprogrammiert. Das Livi-Draught funktioniert auch auf Wasser. So. Vielleicht... Ich bin mir nicht sicher, ob man... Wenn ich vielleicht etwas materialisiere, wenn ihr versteht, was ich meine. Dass ich vielleicht etwas materialisiere und das dann nicht funktioniert. Dass man... Dass man... Es gibt ja da diverse Häuser... Warte mal, ich bin jetzt mal ganz weit... Wir fahren jetzt mal... An... An... Ich habe da auch... August 20... 1795... Ach, jetzt steht da wieder 1795... Warum? Hatte ich das falsch eingegeben? Wäre merkwürdig, ne? Ähm... 30... 30... So, jetzt... Jetzt ist aber richtig, oder? Nochmal. Ja... Ha... Entschuldigung. Mann. Warte mal, die Hitze. Die Hitze. Ich bin hier ganz, ganz völlig verstrahlt. Bin schon bei 30%. Du fahr jetzt endlich. 2014 jetzt. Warum fährt der nicht nach 2014? Hier stimmt irgendwas nicht. Ich komme von 2014 nicht weg. Äh, von 1795 nicht. Monat. Tag. Warte mal, jetzt ist es gesetzt, oder? Nochmal. Das ist ja... Moment. Load. Ich glaube, ich stelle mich gerade zu blöd an. Ich habe das Enter vergessen. Kann das sein? Zu blöd, um eine Zeitmaschine zu bedienen. So. Setze Zeitziel. Ich mache das jetzt nochmal, ja? Äh... 08. 2.0. 2014. 0.9. 3.0. So. Jetzt ist er eingeloggt. An. Und jetzt müsste es aber gehen. Ich glaube, ich glaube, ich hatte es vorher nicht eingeloggt. Herrschaftszeiten. Okay. Es hat... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Atombombe. Ähä. So, ich will aber angucken, wie ich ankomme. Weiß nur nicht, wo ich ankomme. Wartet. Wann komme ich an? Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 9.42 Uhr. Um 10 Uhr müsste ich ankommen. Da hinten müsste das Ding sein. Bin ich schon... Bin ich schon da? Nein. 9.53 Uhr. Ich bin so gespannt. Da müsste ich irgendwo herkommen. Glaube ich. 9.57 Uhr. Wie geil ist das denn? Ich habe mich gerade ankommen sehen. Denn ich kriege die Krise. Das ist so geil. Schade. Es war offenbar zu dicht dran. Also davor... Okay. Ich soll mich... Warte mal. Moment. Das kriegen wir nochmal hin. Jetzt weiß ich ja, wo ich ankomme. Zeitagenten können verpackte Uranzellen. Also die Folge ist eine reine Experimentierfolge. Das ist so geil. Ich bin... Ich bin... Kannst du gar keinem erzählen. Ähm... Schau, pass auf. Äh... Wir stellen ein... Ähm... Was war das? 08... 20... 2014... Ähm... Was war das? 9... Ne... Warte mal. Nein. Nochmal. Ähm... 08... 20... 2014... Ähm... 09... 30... 1... Speichern... An... 1... 1... 1... Ah doch, hier bin ich gut. Hier bin ich gut angekommen. So, pass auf. Jetzt müssen wir aufpassen... Wo wir... So, hier müsste ich, nee, wo ist es denn? Ich versuche gerade die Hauptstraße zu finden, bin aber zu blöd. Ich glaube ich habe sie. Ja, da ist sie. So. Hier müsste ich irgendwo ankommen. Auf dieser Straße. Funktioniert das Zoom? Ja. 949, bisschen Hammer noch. Und dann gehe ich, glaube ich, zur... Nee, dann gehe ich erstmal in den Laden rein. Ich muss mich beobachten. Also, wer es nicht... Wer nicht weiß, was ich hier gerade mache, das ist meine erste Ankunft in 2014. Äh, 2014. Weg da! So, da bin ich. Jetzt steige ich aus und dann müsste ich zu Arthur in den Laden gehen. Fing schon aus, ist stiegen. Da bin ich. Jetzt gehe ich, glaube ich, den Mist mit der... Mit der Dings machen. Shit, ist natürlich blöd. Äh, jetzt habe ich mich überhaupt nicht im Visier und weiß überhaupt nicht... Wie liegt das? Nee. Wo bin ich? Weg, du Polizeiauto! Jetzt klingelt die Tür. Ich habe jetzt keine Zeit. Aber null Zeit. Hä, aber no time. Da, da bin ich nicht am rumwurschteln mit dem... Mit dem Müll. Irgendwo. Müsste ich da sein. Frage, wo bin ich jetzt? Bin ich das? Nein, das bin ich nicht. Wenn man sich selbst beschatten soll und nicht weiß, wie dicht man ran darf. So, da ist... Ich bin da drinnen. Das ist Arthur. Ich bin da drinnen und quatsche mit Arthur. Gehen Sie weg, Herr Polizist. Ich muss mich beschatten. Und dann suche ich nämlich die... Oh, die Schwebebahn. Das ist so geil. Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so geil. Was hat der denn für Reifen? So, da müsste ich gleich rauskommen. Da stehe ich immer noch. Also, wer nicht weiß, wann ich das aufgenommen habe, guckt euch die... Ich glaube, die vorletzte Folge an, kurz bevor ich nach Brückstadt fahre. Der Hamer. Nun, Fleck. Sie brauchen aber lange. Gehen Sie doch mal zur Hoch... Äh, zur Schwebebahn. Sobald ich in der Schwebebahn bin, habe ich einen Tag Zeit hier in der Stadt. Ich glaube, ich werde immer noch verstrahlt. 37 Prozent. Warum zum Teufel? Ich weiß, das hat gerade nichts mit dem Spiel zu tun. Aber ich will das unbedingt... Auschecken. Ich habe echt lange mit dem gequatscht. Komm schon, Fleck. Ich lasse euch nicht hier rausgehen, bevor ich mich nicht selber dabei beobachtet habe, wie ich in die Schwebebahn steige. Ohne Witz, was mache ich so lange da? Ich müsste mal die Zeit stoppen, wie lange ich da... Wie lange ich mit dem gequatscht habe, ob das wirklich hinhaut. So, jetzt stehe ich dumm rum und gucke wahrscheinlich nochmal auf das Pad. Gehe schon mal ein bisschen zurück, nicht, dass ich auf einmal gleich in meine Richtung gerannt komme. Genau, da habe ich nämlich das... Da habe ich nämlich den... Das Lok nicht gefunden. Verschwinde, ich muss mir jetzt selber zusehen, du blödes Auto. Und dann bin ich zur Hochseilbahn gegangen, äh, zur Hochseil, zur Hochbahn gegangen. Ich traue mir erst, wenn ich, äh, wenn ich gegangen bin. Ich bin übrigens bei 41% verstrahlt. Wahrscheinlich ist das ein Fehler, dass ich jetzt in dieselbe Zeit gekommen bin. Aber ich wollte mich unbedingt mal gucken, äh, wie, wie, also wie ich mich verhalte, was ich so tue. Das heißt aber auch, dass ich jetzt ein drittes Mal hier in die Zeit ankommen könnte und mich dabei beobachten könnte, wie ich mich beobachte. Das ist total bescheuert. Aymflag, du Kommermachopod, jetzt weiß ich, wie anstrengend das ist, mir zuzusehen. Komm noch mal zu Potte. So, jetzt gehe ich die Hochseilbahn suchen. Nee, ich renne da noch mal rein. Warum? Was habe ich gemacht? Was mache ich denn da drin? Planlos, wer leibt und lebt. So kennen wir ihn. Kann ich jetzt eigentlich aus meinem Auto die Batterien klauen? Könnte ich, glaube ich, machen. Geh jetzt, fahr jetzt Bahn. Fleck. 2,40. Ah! Aber ich glaube, solange ich im Auto sitze, kann mir nichts passieren. Ich glaube, jetzt gehe ich nämlich die Bahn suchen. Das kann doch weiter. Was zum Henker machst du da? Fleck. Ich kann mich an dieses Auto gar nicht erinnern. Ich suche, glaube ich, diesen Laden. Ich darf nur nicht aussteigen. Oh, shit. Was ist, wenn ich mich jetzt selbst überfahre? Jetzt gucke ich mir die Tanke nochmal an. Wo ich übrigens mal mal rein. Ich bin so ein planloser Kerl. Jetzt gehe ich schon die Bahn suchen. Wie gesagt, was passiert, wenn ich mich überfahre? Ich glaube, ich gehe jetzt die Bahn suchen. Gehe jetzt die Bahn suchen! Jetzt gehe ich die Bahn suchen. Okay. Ich glaube, ich glaube, jetzt können wir speichern. Was wir jetzt machen, wir machen jetzt zwei Sachen. Erstens, ich bin abends um 10 Uhr, bin ich allerdings wieder zurückgekommen. Das darf ich nicht vergessen. Schau, da ist safe. Schauen wir mal. So, was ich jetzt mache... Oh Gott. Bleib still locker. So, was ich jetzt mache, sind zwei Dinge. Erstens, das... Warte mal. Mich selbst beklauen. Fragen mich, ob das geht. Ich hoffe, ich bin unterwegs zur Bahn und renne jetzt hier nicht... Was schwebte da lang? Habt ihr das gesehen? Oh, okay. Okay. Anscheinend war ich da noch irgendwo zum letzten Spielstand. Anscheinend war ich da noch irgendwo. Oder ich darf mein Auto nicht anfassen. Das kann natürlich auch sein. Ich gehe jetzt einfach erst mal... Ich gehe jetzt einfach erst mal... Sieht man mich irgendwo... Sieht mich wer irgendwo... Hi. Moment. Ich habe meine alte Uhr dafür benutzt und dann explodiert die gute Maschine. Warum fragst du? Wer hat ja das erzählt? Ah, der klassische... Optionen, fortfahren, Spielver... Warte mal. Nee. Zurück zum Spiel. Optionen, Grafik. Kann man hier auch laden? Ich sehe nichts. Okay. Ähm. Spiel verlassen. Warte mal. Okay. Ihr seht mal ganz kurz den schwarzen Bildschirm vermutlich. Ach nee, doch nicht. Okay. Also erste Geschichte. Was war das 11. Mai 2014? Spielladen. Ich habe ihm ja seine Uhr... Jetzt weiß ich gar nicht, was ich geladen habe. Ich habe ihm ja seine Uhr zurückgegeben. Das heißt, er hat mir nie den Auftrag gegeben. Er hat jetzt aber gesagt, am 11. Mai 2014, das ist natürlich der falsche... der falsche Spielstand, den ich da gerade geladen habe. Und ich muss irgendwie irgendwie muss ich da noch rumlaufen. Warte mal. So, den müssen wir laden. Das ist ja hochgradig kompliziert. Schau. Das erste, was ich mache... Ich gehe mir mal so ein Anti-Rad holen. Ich glaube, das gab es irgendwo. Also Anti-Strahlungs-Dingsbums. Burger-Lord. Und ich muss was essen. Gib mir mal was zu essen. Hier, Burger. Schau. Und Anti-Rad hätte ich auch gerne. Aber das hast du nicht, ne? Äh... Nein. Okay. Nicht, dass ich mir begegne. Ich muss hier irgendwo noch rumlaufen. Ähm... Was hast denn du? Isabel. 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 Akkordeon, man nachts im Wald nicht treffen möchte. Okay, alles klar. Ähm... Hier, aber da war 612. Ich glaube, da ist... Ich muss da irgendwo noch rumlaufen. Ich hoffe, ich steige endlich gleich in die Bahn. Ähm... Ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier so ein Radaway finde oder sowas. Das gab's hier, das Zeug. Ah, Dio. Ne, das ist Strahlungszeug nicht. Das ist schon einfach auch nicht. DVD-Rollern. Wo ist das Zeug? Was ist das? Ich brauche jetzt kein Levi-Board. Taucheranzug. Ratsgon. 38 Dollar. Das ist heftig. Hier. Ich brauche das. Gib mir das. Zahle 38 Dollar. Habe ich jetzt meine... Ist jetzt meine Strahlung weg? Strahlung 0 von... Äh, das ist super. Okay, dann nehmen wir das mit. Packen das ein. Und haben jetzt... Ich sag dafür, packen das ein. Ich hab keinen Platz mehr. Kann das sein? Nein. Müssen wir ans Auto packen. Ich hoffe, ich bin jetzt... Man müsste sich selbst markieren können. Ich hoffe, ich bin jetzt endlich in die Hochbahn gestiegen. Und kann mich dem Laden nähern. Ohne... Ohne... Wo ist das Ding jetzt? So, das Uran... Schmeißen wir mal ganz kurz hier weg. Wo ist das... Wo ist jetzt das Radaway hin? Uran... Uran... Okay, machen wir zu. Ich hoffe, dass der jetzt weg ist. Warte mal. Ich hab das Radaway beseitigt. Nochmal kurz save... Es speichern. Save. Yes. So, und jetzt geh ich nochmal an den Laden. Ich hoffe, ich bin weg. Achso, mein alter Ego ist weg. So. 11. Mai 2004 hat er die gebaut, weil er die Uhr ja hatte. Und die anderen beiden Sachen hat er dann auch offenbar organisiert. Wer hat dir das erzählt? Wie lange bist du jetzt schon in der Zeit ein? Ach, nur so ein ganz kleines bisschen. Fluch der Raufbolde, das warst du, nicht wahr? Was für ein Schocker. Und du bist 30 Jahre mit der Zeitmaschine geist, nur um jetzt aufzutauchen. Ja? Ja? Okay, was ist denn... Ich bin verwirrt. Er ist sauer. Okay. Was ist mit dem Akkordeon, Mann? So, aber er hat mir gesagt, wo er diese Wettermaschine hatte. Ich muss aufpassen. Ich weiß nicht, wann ich zurückgekommen bin. Das müsste um 22 Uhr irgendwas gewesen sein. Also müsste ich jetzt eine ganze Weile Zeit haben. So, wir gucken mal ganz kurz in das Ding hier. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Wie wir den Quest weiter angehen und ob wir im Jahr 2004 an die Wettermaschine rankommen, das sehen wir dann. Warum auch immer. Bis dann denn. Ich bin total verwirrt und begeistert. Euer Mr. Fleck. Ich bin total verwirrt und begeistert.